Recht herzlich willkommen zu TheBineG's Thornau-Special und jetzt seht ihr sein Special Tobias vom Kanal TheBineG 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 Ihr kennt ja auch alle TheBineG 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 Richtig geile Videos Mit ganz viel technischer Affinette Natsos auf jeden Fall Er wird sehr berühmt, sehr erfolgreich TheBineG Hier ist TheBineG TheBineG Hallo TheBineG Danke Tobias für diesen wirklich tollen Beitrag Das ist super geil geworden Ich sag euch was TheBineG rockt Ich geb dir immer einen Daumen hoch TheBineG TheBineG Wow Danke So Kinder Ich erzähl euch heute wie ich damals davon erfahren habe dass ich 1000 Abonnenten habe Wolltest du uns nicht eigentlich erzählen wie du Mom kennengelernt hast? Keine Sorge das erzähl ich euch später Das gehört alles mit zur Geschichte Es begann also alles mit einem Anruf von meinem damaligen YouTube Kollegen Chris Tess Oh Hallo Ah hi Tobi Und alles klar bei dir? Ach hi Chris Klar alles bestens Und selbst? Ja klar kennst du mich doch Hast du eigentlich schon mitgekriegt? Was soll ich mitgekriegt haben? Naja du hast jetzt die 1000 Abonnenten erreicht Abonnenten Abonnenten Dauerbezug für Zeitungen und ähnliches Was kann man denn alles abonnieren? Ach da gab es doch auch was im Internet oder? Ach hier dieses YouTube Ach stimmt ich hab da auch einen YouTube Kanal Also Abonnenten Und 1000 gleich mehr als 900 Ah 1000 1000 Abonnenten Ne Ne das hab ich echt noch nicht mitgekriegt Boah wie krass Aber ich hab überhaupt noch kein Special vorbereitet Puh Renn einfach drauf los Dir wird schon irgendwas einfallen Boah Gute Idee Chris Danke Äh Ja okay Mach ich Kein Ding Gerne gemacht Und Ja ich würd sagen Schönen Abend noch Und ja Lass dir was einfallen Ciao Irgendwie ist da komisch drauf Das ist so spazin' Oh Hallo Median, was gibt's? Hey Tobias, kannst du rechnen? Ja, eigentlich schon. Aber damit hast du nicht gerechnet. Ok. Ach Mann, was soll ich denn jetzt machen? Mir fällt einfach nix ein. Oh, was ist denn heute los, ich krieg doch sonst nie Anrufe. Wer stört? Wo ist da der Biene-G? Ja, der ist hier. Ja, ja, ich bin dein größter Fan. Heidi, bist du es? Nein, nein, ich bin nicht hier. Ich meine, nein, hier ist keine Heidi. Heidi, ich höre an deine Stimme, dass du es bist. Was willst du? Naja, ich wollte nur wissen, ob beim Dreh deiner Videos auch mal irgendeine Scheiße oder so passiert. Irgendwas lustiges oder dummes. Ach du meinst du Outtakes oder was? Nein, also bei mir doch nicht. Niemals, nein, nein, bei mir doch nicht. Ey! Was kommt denn als nächstes? Die absolute Premiere, Raphael im Affenkostüm. Einmalig. Das werdet ihr nur einmal sehen, Leute. Also, downloadet es euch. Und verbreitet es weiter und macht eine Wikipedia-Seite drüber und so. Wie ist das hier? Bäh! Hast du gerade seine Wien geschrottet? Scheiße! Aua! Ich bin gerade voll auf die dummen Lampe hier drauf gelatscht. Aber sowas von! Ey, das ist der spektakulärste Blutjodreh meines Lebens, echt jetzt. Wirklich? Ja, wir liegen im Dunkeln im Bett rum. Boah, mir ist es heiß. Komm, wir gehen in die Sonne. Du darfst die überschwanzten. Nein! Störf! Welche Marke? Davon blickt Banana. Davon blickt Banana? Was denn sonst? Ey, Alter! Nein! Harte Glatze! Nein! Nein! Bruder! Schwester! Schwester, du bist ein Typ! Du erheb ich nicht. Ach, ich freu mich schon so, was Wagner ist. Alter, das ist nur eine Szene, Alter. Wer ist das denn nicht? Alter, 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 Digger. Hast du mich gerade dick genannt? Mein 1000-Abo-Special leigt sich dem Ende zu. Aber jetzt habe ich noch ganz kurz paar kleine Szenen aus meinen nächsten Videos. Ist das etwa ein Affe? Dieser sieht von oben aus wie ein Fisch. Hey Leute, hier ist die BineG. Riesendank an inzwischen über 1000 Abonnenten innerhalb von zwei Jahren. Riesendank an euch. Ich... Ich bin sprachlos, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Riesendank an euch alle. Riesendank an alle, die meine Videos regelmäßig gucken, bewerten, kommentieren, favorisieren. Und vor allem natürlich an die, die weiterempfehlen. Ich liebe euch alle. Ihr seid super. Und ich hoffe, es ist nicht das letzte Runde 1000er Special, das ich hier machen werde. Na gut, große YouTuber kriegen jeden Tag 1000 neue Abonnenten dazu. Aber ich meine, für mich ist das schon eine ganze Menge. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es noch steil bergauf geht, dass es noch viel mehr von euch werden. Ihr seid super. Ihr packt das. Ich hoffe, das Special hat euch gefallen. Riesendank an alle Leute, die mitgeborgt haben. Riesendank an eine cooles Testshow für seinen Beitrag für das Telefonat am Anfang. Und großen Dank an alle, die mir für das Intro was geschickt haben. Also nochmal großen Dank an Maniac Mind, an Garten Productions, an Schemisch Films. Ich habe die Namen von allen, die im Intro zu sehen sind, nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Da findet ihr die. Schaut mal vorbei. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das Special hat euch gefallen. War ein Haufen Arbeit. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß noch in Zukunft. Danke nochmal. Ihr seid super. Ciao. Hm. The Biene G? Hm. The Biene G? Hm. Ähm. The Biene G? Herzliche Glückwünsche. The Biene G. 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 The Bee G. Solltest du die Bee Gies nicht kennen, frag mal deine Eltern oder google mal. The Biene G. 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 Ähm. Ja. Ähm. Ach ja genau. The Biene G. Okay. Das war es dann erstmal. Viel Spaß mit den Videoclips. Tobias. Also. Erstmal. ontosteig庭us. Ja. off or visit. So.